Haltung des Weißen Maharishi, verschiedene Variationen, vorgeführt von Fabian von Yoga Vidya Bad Meinberg. Maharishi war ein großer Heiliger, ein großer Weiser und die ganz großen Rishis und Heiligen und Hatha-Yogis haben jeweils eine eigene Stellung bekommen. So ähnlich wie es heute Mode ist, dass Mediziner eine Krankheit nach sich benannt bekommen und andere Sterne nach sich benannt bekommen, gibt es einige Yogis, die Asanas nach sich benannt bekommen und dazu gehört eben auch der Weiser Maharishi. Und es gibt dort mehrere Stellungen, einfachere wie auch schwierigere. Und hier siehst du gerade eine schwierigere Position, die nach Maharishi benannt wurden. Alle haben gemeinsam, dass irgendwo ein Knie gebeugt ist und die Fußsohle dabei auf dem Boden ist. Also all diese Variationen der Haltungen des Weisen Maharishi haben gemeinsam, dass ein Knie gebeugt und Fußsohle auf dem Boden ist. Ja, soweit dazu. Alle Variationen von Maharishi Asana, Haltung des Weisen Maharishi, findest du auf unserer Internetseite sowie auf der Yoga Vidya App, yoga-vidya.de und da siehst du auch weniger fortgeschrittene Variationen und siehst, wie du auch in die Stellung hineinkommst. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.